eine neue woche und hoffentlich auch neues glück hakon wir sind zurück das war ein unfreiwilliger raum genau das war ein unfreiwilliger rein und damit willkommen zur siebten folge von der benner saga wir haben in der letzten folge beim versuch eine stadt zu stürmen leider versagt und haben jetzt die karawane wieder gewechselt von ja keine ahnung was mit wog ist ich hoffe sie haben überlebt trotz unserer niederlage wir sind jetzt wieder bei hakon der karawane die wir in den ersten folgen begleiten dürfen also hacken wir sind zurück ich konnte etwa so viele kriege aus strand holen wie du wolltest waffen sogar mehr sondervorräder auch du hebst den kopf erst jetzt merkst du das maukra mit dir redet seit wog dir tot ist erwartet jeder dass du die entscheidungen triffst es ist ein liebend hakon ich hab dich gehört was hast du gesagt tut mir leid ich bin nur müde fahrt vor ich sagte dass die wahl zurück sind die wir nach strand geschickt haben der stadthalter hat uns von dem was wir wollten das meiste gegeben immerhin hat er sich sehr gesträubt etwas ich glaube er war nicht glücklich dass wir seinen krieger mit seinem geld gekauft haben außerdem bestand er darauf dass wir einen lakaien mitnehmen der auf sein eigentum aufpasst ein mann mit namen eirik eirik den habe ich getroffen er schien mir recht fähig zu sein einerlei der stadthalter wird es verwinden müssen wenn er nicht will dass die wüte sich in seinen straßen drängeln als du unterwegs warst haben wir alle schlacken kalt gemacht die hier durchgekommen sind dann genug geplappert bist du sicher dass das deine wunden verhalt dass deine wunde verheilt ist ludin ich finde auch dass schon genug schiefgegangen ist sollte dem prinzen auf einer friedensmission etwas zustoßen das bündnis wäre am ende oder schlimmer sie haben recht ludin geh nach strand zurück geh nach hause ludin trifft seine eigenen entscheidungen wogney ist tot es gibt keinen grund zu bleiben ludin trifft seine eigenen entscheidungen wir müssen dies jahr doch irgendwann tun und ich mache das nicht nicht alles noch einmal mit entweder bringt ihr uns jetzt durch die wanderstraße und er tut eure arbeit und tötet ein paar wüter ludin grollt und wendet sich abrupt ab was ist heute nur los er stampft zu seinen ringen aus helden und gefolge zurück mit so vielen leuten ist die wanderstraße gar nicht drin ich könnte den knaben mit einer hand den schädel knacken wenn ludin unbelehrbar ist musst du damit zurechtkommen lass dich nicht von ludin irre machen also heute habe ich wieder einen dieser tage da kommen gehen wir ich kann diese müllkippe nicht mehr sehen was sage ich den kriegern haken ihnen sagen dass sie vorsichtig sein sollen keine verluste mehr ihnen sagen dass wir die berge mit wüterleichen pflastern werden ihnen sagen dass wir nicht aufhören bis schild nicht zurückerubert ist die wüterleichen klingt eigentlich ganz gut gut gibt ihm befehl und wir gibt den befehl und wir berechen auf befehl tut mir leid leute ich habe einen harten nachtdienst und habe mir gedacht da ich heute ja eher noch so viel zu tun habe kann ich am ende meines dienstes jetzt gerade noch eine folge aufnehmen das habe ich ja nach party hat auch einmal gemacht war eine sehr anstrengende folge aber wir verdammt nochmal die party muss ja weitergehen beziehungsweise die saga da hat man keine große wahl also hakon du hast ihn gut gekannt nicht wognir nein ach ich weiß nicht ich erinnere mich an ihn er war ständig in wichtigen angelegenheiten unterwegs richtig gekannt habe ich ihn nicht ich habe noch selten mit ihm reden können öfter als ich aber schon das kann sein wenn er sprach hörten die wahl zu das wusste ich da könnte ich hilfe gebrauchen der schreiber lehnt sich zurück und erweckt den gedanken ich habe es schon schlimmer gesehen sie respektieren dich wegen deiner fähigkeit mit einer axt umzugehen sie müssen sich deiner taten wegen respektieren aber du sprichst nicht mit den richtigen wahl mokro hat was drauf ich kann nur eine schreibfeder führen und mit den augen wackeln was schreibst du eigentlich alles in dieses tagebuch ich höre du wärst mal ein schrecklicher kerl gewesen was meinst du was mit der sonne passiert ist erhol dich lieber wir müssen noch weitermarschieren ja was schreibt er da eigentlich was meinst du das was ich schreibe ich halbe auf was geschieht in arberang haben sie ein banner dafür weißt du du meinst das lange banner ja die magier haben etwas gewebt das sein eigenes als das seine eigene geschichte aufschreibt willst du wissen was ich davon halte ich traue ihm nicht nein es erzählt eine ausführliche geschichte ich glaube die knappen sind wertvoller wessen geschichte schreibt es denn auf meine ihre luddienst werden dass die götter verhüben ha du relikt die götter sind schon lange tot tatsächlich muss die macht der gewohnheit sein warst du wirklich so ein schrecklicher kerl weißt du wie alt ich bin darf ich fragen ich stehe im wettbewerb weißt du niemand weiß wie alt wir wahl werden können auf natürliche art einen gibt es der heißt nori der hat mir ein paar jahre voraus hockt in grobheim und lässt sich graue haare wachsen der bastard könnte mich glatt besuchen dann ist da noch krummr der ist auch nahe dran aber der hohe kopf ist noch für jeden kampf zu haben vermutlich bei ist er vor mir ins gras obwohl der schreiber macht eine geste wie um dich an die aktuelle umstände zu erinnern durch mund sitzt der punkt ist welche rolle spielt das ich bin ich bin nur noch ein laufburg von johr und weißt nicht mal mehr die hälfte von dem was ich getan habe daher das tagebuch daher machte ich nicht wichtiger als ich bin haken mach mich nicht wichtiger als ich bin haken nachschön was meinst du was mit der sonne passiert ist also nicht das wissen ich habe so was noch nie gesehen machst du dir sorgen ein paar wahl von der karawane denken dass die welt untergeht andere halten dass wir das beste was passieren konnte keine finsteren monate mehr wie auch immer wenn es das ende ist bin ich bereit und wir anderen in den abgrund mit euch erhol dich lieber wir müssen noch weit marschieren ich habe schon mehr hügel überwunden als ein pferdebedürtiger mit rachsucht macht ihr mich keine gedanken die pferde gebürtigen pferde gebürtigen scheinen so eine art mongolen oder hunden zu sein eine reiter völk vielleicht auch pater also sind das für ein gebäude eigentlich na ach so da steht's ja helden ja dann schauen wir gleich noch ein ich möchte erst noch dieses gespräch führen ich würde dich fragen wie du mit wogniers tod zurecht kommst aber ich kenne die antwort schon tust du das du bist unerschütterlich alter mokre das ist gut die meisten wahl kenne ich aber sie sind nicht unter meinem kommando sie kamen um wognier zu folgen um ehrlich zu sein ich wäre auch nicht gerne an deiner stelle kannst du mir was über die karawane erzählen wolltest du nie die befehlsgewalt haben meinst du wir gehen in einen todesfall und machen wir weiter karawane wenn so viele wahl zusammen sind will die eine hälfte sich schlagen die andere will ihre ruhe haben soll ich jemanden beim auge behalten da versuchen ein paar clan führer sich gegenseitig zu beeindrucken keine große sache ich habe es unter kontrolle die krieger die wir gerade aus strand bekommen haben sind nicht übel aber ziemlich renitent warte ein paar tage und ein paar stöhnen darüber dass sie für dich kämpfen statt für wognier das sind die um die man sich gedanken machen muss was ist mit ludins männern die wollen nichts von mir wissen das ist klar gibt es probleme kann sein ludins lieblings wahl heißt bär sie ich weiß nicht wo der herkommt oder warum er hier ist kämpfen kann der bastard ja aber er hat was an sich was mir nicht gefällt sein mädchen in rot ist auch zum fürchten um ehrlich zu sein sie ist wohl ludins beste bester krieger ich habe gehört dass sie dass die wahl sie die hexe nennen warum die flammen pfeile vermutlich ein guter trick aber das feuer erschreckt unsere wahl mehr als die müde ich verstehe es trotzdem hexe sie sind nicht gerade gelehrt haben sicher haben sie größten zeit einfach einfach angst vor ihr das verstehe ich schon eher aber nicht dass sie davon erfährt mehr als jetzt gibt mir mehr seil und ich hänge mich dran auf das bezweifle ich ich vergesse immer dass du damals nicht dabei warst früher hatte ich mal mehr sein ich habe mich daran aufwendet nein ich will keine befehls gewalt haben wir den dich dann so die todesfalle mit so vielen wahlen nein wir müssten sicher sein es könnte natürlich deftig zur sache gehen ich bin nicht gern derjenige der die wahl in den tod schiebt ich kümmere mich lieber um mich selbst und fertig wer hätte gedacht das wort mir sie sich so einfach von ein paar schlacken erschlagen ist ich frage mich immer noch was passiert ist er hatte doch schon hunderte schlacken erschlagen ich begreife es nicht so was kommt vor keine große sache bestimmt hat es ihnen doch mehr berechtigt als uns obwohl man sich schon fragen muss ach schon gut so hat nur den überlebt oder war er vielleicht vorher schon tot wer weiß wie auch immer ich kümmere mich um die krieger kümmer du dich darum keine dummheiten zu machen das ist viel verlangt was wolltest du da über wagner nicht sagen das sage ich lieber nicht haben warum nicht das ist eine angelegenheit über die du grübeln würdest du brauchst einen klaren kopf lass das besser meine sorge sein klingt wichtig erzählt wie ist wagner gestorben er ist wieder reingerannt unerwartet wir fanden ihn mit dem gesicht nach unten als hätte ihn etwas von hinten erwischt hat er sich wirklich von irgendwelchen schlacken besiegen lassen wer war noch dort und du meinst nur den vermutlich nicht aber verdammt wir sollten den bastard im auge behalten wenn du noch was siehst sagt mir bescheid mache ich der gedanke ist mir ehrlich gesagt auch schon gekommen aber ich glaube nicht dass der kerl wirklich die eier dazu hat lass mich wissen wenn du noch irgendwas brauchst es ist aber schon interessant weil wir haben jetzt innerhalb der gruppe innerhalb der karawane eventuell einen mörder was wird sich daraus ergeben wie werden wir auf ludin oder mit nun wieder kann es heißt reagieren findet es heraus schaut weiter ja endlich schön dass du wieder dabei bist ein wächter einmal werde erhören ich frage mich was da unten der todenschädel bedeutet ganz ehrlich getötete gegner 3 die tötete gegner 1 ok aber was heißt denn das 2 markt scheint es hier nicht zu geben dann würde ich sagen wir machen uns wieder auf den weg und nach der naja armseligen niederlage in der letzten folge wird es zeit dass wir endlich mal wieder einen sieg erfahren 466 war sie nur sagen in den hügel büter aber nicht mehr als ein dutzend können an ihnen vorbeiziehen wir können sie aber auch niedermachen ludin hat zugehört das ist ein dutzend wieder das nach strand zieht wirft er ein du fragst ihn seit wann den strand kümmert tut es nicht gibt es euch ich dachte es kümmert dich ich werde einige krieger hinschicken wird gemacht sagt marko hoffentlich können sie die karawane wieder einholen er läuft davon um freiwillige zu suchen ludin und seine männer fragt er nicht er macht euch ihr macht euch wieder auf den weg naja 10 wahl verloren aber dafür ansehen erlangt hakon als du am ersten tag das lager aufschlägst hörst du ludins schwer stieflige schritte und wappnest dich können wir reden auf augenhöhe wir können es versuchen mir scheint dass ihr auf dem weg einen haufen wüter töten wollt stimmt das wir töten nur wüter wenn es nötig ist wenn es nötig ist das ist doch lächerlich bild dir nicht ein dass nur wahl kämpfen können verstanden wir tragen mein banner nach grofheim das banner von aber an ich bestehe darauf am kampf teilzunehmen du hast dich beim ersten schermützel fast ausweiten lassen aber du willst mehr wie du wünschst du wünschst und äh ich hatte mehr widerstand erwartet von wognir vielleicht angeblich warst du sein kentrer darum hast du jetzt das sagen so ähnlich wie verwandtschaft ein wahl ding übernimmst du nicht seine verantwortlichkeit deswegen schert mich nicht was mit dir geschieht auf meine art warum tust du so hart kleiner sei sie doch nicht auf mich herab wag es ja nicht wenn er fast 200 jahre alt ist ist es schwierig einen 20 jahren stimmt das ernst nehmen fang besser an damit wir werden beide einst könige sein das ist das letzte worüber ich jetzt nachdenken muss ludin zieht dich an als hättest du dir gerade selbst ins Gesicht geschlagen er kehrt zu seinem zelt zurück ohne gesagt zu haben was ihm auf die zunge läuft ja schade ich glaube nicht dass ich dass ich es schaffe dass die beiden freunde werden anstrengung du hast einige charaktere im ton anstrengungswerten erhalten unterschätze diesen wichtigen wert nicht anstrengung lässt sich deine aktion mit mehr willenskraft ausführen du willst deinen angriff mehr als einen stern hinzufügen eine verbesserung des anstrengungswertes auf 3 lässt dich 3 schadenspunkte pro angriff mehr bewirken oder 3 felder weiter als üblich ziehen wenn du die nötige willenskraft hast denk dran jeder wert ist im kampf gleichermaßen wichtig wähle weise hast du einen augenblick zeit als du dich berse näherst lässt er das buch sinken indem er gelesen hat eigentlich kommt er dir nicht wie eine leserate vor du bist berse und du bist harkon und das hätten wir geklärt wie ich hätte ein paar fragen sag was du sie sagen hast was macht ein wahl der für ludin arbeitet wo hast du kämpfen gelernt kann ich dir trauen ich will dich nicht länger aufhalten so was macht ein wahl für einen anderen wahl welchen unterschied macht das sieht aus als wärst du jetzt zuständig also tu mir den gefallen und lass nicht zu dass ludin stirbt er ist dir wichtig nein das ist nur eine redewendung wo hast du kämpfen gelernt genau wie du beim kämpfen du weißt was ich meine ich habe mein leben lang gut geschützte kaufleute ausgeraubt meinst du das ja und jetzt nicht mehr ich habe schon viele berufe gehabt kann ich vertrauen was für eine fangfrage kommt drauf an was du meinst wer wird dir wer wird dir im zweifelsfalle helfen was wenn ich auf mich selbst aufpassen und du das schon irgendwie rausfindest versteht Ludin das Ludin versteht nicht mal dass die hälfte seiner armee nur hier ist um ihn vor den leuten zu beschützen mit denen er redet du lachst über den unerwarteten Scherz Bersil grinst und ist zufrieden mit sich was willst du wissen wir sehen uns auf dem Schlachtfeld oho Oberhaupt der wahl du könntest zu uns stoßen ich bin da wo ich sein will vergiss nicht was ich sagte darüber auf Ludin aufzupassen verstanden während du weg gehst fragst du dich ob in der harschen Forderung nicht eine Drohung lag ha interessant interessant ach da haben wir ja die Hexe bin ich mal gespannt jir jirsa nicht wahr sie sieht die erhobenen Hauptes entgegen und deutet mit dem Daumen auf Ludins Zelt nein ich bin deinet wegen dir ach oh Gott können wir reden jirsa schüttelt lächelnd den Kopf augen halb geschlossen warum nicht das mache ich nicht diese paar Widerworte machen dir zweierlei klar sie hat eine schöne Obsidian Stimme und dieses Unterfangen könnte die reinste Teilverschwendung sein sie sieht dich erwartungsvoll an du bist Ludins Leibwahrer nein er ist meine ehe du verwirrt sein kannst fängt sie abrupt und laut an zu kichern dann zieht sie leicht beschämt rein aber du bist doch seine persönliche Wache ihr Austrag sagt jetzt natürlich du bist an so jemanden wie Ludin geraten Glück ach du redest nicht nein aber doch jetzt gerade tu ich nicht haha sie lächelt freundlich ihr Spiel amüsiert sie sichtlich es geht um die Flammenpfeiler sie hebt ein Augenbrauch Wal und Feuer vertragen sich nicht du ehrenst nur ein Achselzucken wenn du sie einsetzen willst sie zieht einen Pfeil und macht eine schnelle Handbewegung die du nicht richtig mitkriegst plötzlich geht hinter dir im Baum ein Vogel in Flammen auf und fällt schwellend zu Boden das halbe Lager sieht zu sag mir nicht dass ich das nicht tun soll ja sie verschränkt ihr Arme eine Hand am Kinn und legt den Kopf schief bis zum nächsten Mal Nierisa Harkon du hältst an und blickst über die Schulter ich bin eine Hexe also sie dich vor sie legt den Finger auf die Lippen und macht leise du gehst ohne zu wissen was du davon halten zu willst laufen hier eigentlich auch normale Gestalten rum oder erwische ich irgendwie immer nur Spinner so Training rasten verlassen was haben wir noch äh äh helden sonst haben wir nichts nichts was uns äh was uns interessiert verlassen wir auch dieses Lager das wäre eigentlich eine gute Stelle für den Cup gewesen ja machen wir einfach mal weiter während du mit den Kriegern marschierst hörst du ein Gespräch mit einem natürlich da stampfe ich gerne schlacken jeder wahl tut das aber ich habe mich nicht eingeschrieben um mir von Harkon befehlen zu lassen sagt einer anscheinend entgeht ihm dass du im Hörweil bist sterben will ich auch nicht für ihn laut drohen ja wir müssen Dominanz beweisen wer mit diesem Jocksbeschäler eine Meinung ist trete vorab holst du der Haufen hält abrupt an dem Großmall scheint einigermaßen unbehaltlich zu sein wie heißt du fragst du Chris stammelt er kommt nicht wieder vor nicht nachdem du ein paar Mahlzeiten ausgelassen hast bitte ich gibst du zurück und gehst weiter in einigen Abstand hörst du seine Freunde über sein Missgeschick lachen haha geil eine kleine Ansammlung von Zelten kommt in Sicht Kaufleute wie es aussieht du fragst was sie hier machen wir hatten beim Götterstein das Lager aufgeschlagen sagte einer und Deng kein Wunder dass die Götter gestorben sind die haben sich sind alle an ihrer eigenen Zunge erstickt weil ein Knoten drin war ein Opfer gebracht wie es der Brauch will sein Ausdruck verfünstelt sich dann tauchten Wüter aus dem Nichts auf einige von uns blieben dort sie dachten der Götterstein schützt sie weiß der Kuckuck warum seitdem weichen wir den Wütern aus fragen ob sie was im Handeln haben versichern dass der Weg nach Strand frei ist und sie verabschieden naja wir könnten schon was gebrauchen nicht viel gab er zurück alles was wertvoll war ist beim Götterstein geblieben so viele Wale habe ich noch nie auf einen Haufen gesehen zieht ihr aus um gegen diese Wüter zu kämpfen du nix wir könnten ein paar Vorräder entbehren wenn ihr sie braucht äh ihr bekommt sie umsonst eine freie Straße ist schon mehr als wir verlangen können eine Bitte habe ich jedoch Herr Bruder meiner Frau ist beim Götterstein geblieben er erkennt ihn an der Halskette mit dem goldenen Ring wenn ihr ihn seht sagt ihm dass wir sicher im Strand sind du sagst zu und die Kaufleute ziehen weiter und wir gewinnen ein paar Vorräte sehr schön allerdings sind wir auch eine große Karawane da brauchen wir entsprechende Vorräte die Karawane wird plötzlich langsamer die Neuigkeit geht von vorne nach hinten hindurch und Mockere informiert dich die Wüter wissen dass wir kommen vermutlich haben sie uns im Wetterfell gesehen und uns dann aufgelauert gut dass wir sie bemerkt haben sonst hätte das ins Auge gehen die Wüter beobachten euch und warten ab was ihr unternehmt wann hast du zuletzt ein paar hundert Befehle Tarko fragt Mockere denk nicht zu viel darüber nach die Krieger können auf sich selbst aufpassen Krieg wenn du mehr Feinden begegnest als dein Trupp verkraften kann bricht ein Krieg aus erteile deiner Armee entsprechende Befehle aber sei darauf gefasst dich auch selbst ins Geschehen zu werfen wenn du dir den Kampf einfacher machst hast du mehr Verluste wenn du einen schwierigen Kampf aufzuschnimmst rettest du mehr Leben solltest du hoffnungslos unterzahlt sein ist Flucht vielleicht die beste Möglichkeit das Schlachtfeld ist voller Reihen von Wütern und gezogenen Waffen ein Kampf scheint unausweichlich rasch überschlägst du wie viele es sind offenbar nicht weniger als 482 du verfügst über 185 Kämpfer und 456 Wahl sogar von hier aus kannst du sehen wie die Gegner nervöse Blicke tauchen müssen sieht nach einer guten Möglichkeit aus euren Vorteil zu lassen ok der Krieg gegen die Wüter kommt in der nächsten Folge und ja ich bin gemein ich kann damit leben ob auch meine Leute damit leben können werdet ihr in der nächsten Folge sehen ok bis dann und danke fürs Einschalten ciao